Immer wieder ganz interessant zu sehen, dass die Sowjetunion einerseits das Reich des Bösen war, andererseits wenn diese Bösen etwas gemacht haben, was uns in den Kram gepasst hat oder passt, dann ist es wieder doch nicht so böse. Nehmen wir Khrushchev, der stammte aus der Ukraine und hat die Krim an die Ukraine geschenkt, obwohl sie eigentlich auch zu Russland gehört hat und hat das auch so ganz eigenmächtig gemacht. Finden wir gut, das zurückzunehmen finden wir nicht gut oder nehmen sie die ganzen Gas- oder überhaupt Warenlieferungen innerhalb der damaligen Sowjetunion. Unter befreundeten Staaten hat man da Subventionen gezahlt, hat sehr billig verkauft und jetzt erwarten wir, dass wenn man nicht mehr befreundet ist, dieselben Preise behält. Jaja, das sind ja auch diese Kurzschlüsse haufenweise, die sich ja auch 1991 schon angedeutet haben, als dann sukzessive die einzelnen ehemaligen Sowjetrepubliken souveräne Staaten wurden. Das war doch völlig normal, wenn ein souveräner Staat, der auch noch jede Menge offene Rechnungen mit der Zentrale Moskau hat und sich entsprechend verhält, also auch Lieferbeziehungen kappt oder bestimmte vertragliche Vereinbarungen nicht mehr einhält. Das ist ja alles passiert. Dann hat man trotzdem im Westen erwartet, dass von Moskau aus diese Staaten, die sich für selbstständig erklärt haben und selbstständig waren, dass man die dann nicht mehr zu Vorzugsbedingungen beliefert hat, sondern plötzlich sagte, okay, ihr besteht darauf, dass ihr eigenständig seid. Naja, dann müsst ihr auch Weltmarktpreise zahlen. So weit ist man in Moskau ja gar nicht gegangen. Aber diese Überlegung, dass das ein anderer wirtschaftlicher und politischer Hintergrund ist, darüber muss man reden können, ohne gleich zu sagen, aha, die Sowjetunion nutzt ihre Macht aus. Da haben ja auch berühmte Leute aus der Ukraine und andere haben sich eine goldene Nase damit verdient, subventionierte Waren aus Russland zu bekommen und sie zu teureren Preisen weiter zu verkaufen. Das waren genau die Dinge. Es gibt Beispiele, aus Estland fällt mir eins ein und aus der Ukraine jede Menge, dass sie eben genau zu ihren Vorzugskonditionen noch beliefert wurden und die dann aber von sich aus auf ihre Rechnung zu Weltmarktpreisen auf dem Weltmarkt verkauft haben. Und dass man das nicht zulässt in Moskau, ja, ich glaube, das würde man in Berlin und in Washington und in Paris auch nicht zulassen, wenn man sich in diese Lage versetzt. Dietrich Rotha aus Elversberg hat eine Mail geschickt und er fragt, warum hat sich Russland auf die mündliche Zusage verlassen, dass die NATO sich nicht bis an Russlands Grenzen ausdehnen wird, anstatt dies vertraglich zu fixieren? War das nicht etwas naiv? Wenn Sie so wollen, okay, war es naiv. Auf der anderen Seite, wenn Sie die Situation mal betrachten, wie sie sich damals dargestellt hat, da war der Warschauer Pakt, zu dem Zeitpunkt war der Warschauer Pakt noch nicht aufgelöst. Das heißt, es lag noch nicht so auf der Hand, dass da plötzlich alles ganz anders strukturiert werden würde, als es sich damals dargestellt hat. Und ich glaube, das sollte man auch nicht unterschätzen, gerade in der Zeit war zwischen beiden, jetzt Deutschland und Sowjetunion ja noch und durchaus auch, was die 2 plus 4 Verträge dann betrifft, war ein Vertrauen, ein gegenseitiges Vertrauen da, was lange nicht mehr da ist. Ganz im Gegenteil, sondern jetzt ja mittlerweile einem massiven Misstrauen gewichen ist. Sonst wäre das damals auch mit der Deutschen Vereinigung nicht so ohne weiteres, hätte das nicht geklappt, weil man hat nicht alles bis ins letzte Detail vertraglich regeln können und man hat es trotzdem durchgezogen. Also beispielsweise Genscher und Shevardnadze haben sich was geglaubt, haben Vertrauen zueinander gehabt und haben das politisch gewollt und haben das auch so durchgezogen. Es gibt, was die NATO-Osterweiterung betrifft, es gibt mündliche Aussagen, es gibt auch Akten, wo sich das nachlesen lässt. Es gibt zum Beispiel auch ein Buch von Condoleezza Rice. Condoleezza Rice, die später dann amerikanische Außenministerin war und zu dem Zeitpunkt eine enge Mitarbeiterin des damaligen amerikanischen Außenministers Baker war. Und sie hat in einem Buch geschrieben, es gab eisenfeste Garantien, also richtig eisenfeste Garantien als Zitat, dass sich die NATO nicht weiter nach Osten ausdehnt. Also es gibt genug Hinweise darauf, dass dieses Versprechen gegeben worden ist und das ist ein Vorgang, der in Russland immer noch mit einem massiven Wortbruch verbunden ist und wirklich tiefer sitzt, als wir uns das im Westen vorstellen. Bei uns sagt man, mein Gott, der alte Hut, also haben sie es jetzt nicht mal langsam gefressen, dass es so ist, aber es ist mit einem wirklich sehr verletzenden Wortbruch verbunden, wenn man es von russischer Perspektive betrachtet. Nun will ich mal versuchen, die andere Perspektive zu übernehmen. Man könnte ja nun mal sagen, das ist ja gar nicht so absichtlich gemacht worden von den USA und den anderen NATO-Partnern, sondern die Länder des ehemaligen Ostblocks haben uns gerufen. Die wollten einfach Sicherheit haben, damit die Russen nicht doch vielleicht irgendwie einmarschieren. Ja, das halte ich für naiv. Da zieht sich ja jeder drauf zurück, der darüber nicht argumentieren möchte, dass man sagt, ja du lieber Gott, was sollten wir denn tun? Wir konnten ja nicht die Mitgliedschaft verweigern, wenn die das Bedürfnis haben und als souveräne Staaten mit diesem Wunsch auf uns zukommen. Dazu zwei Dinge. Erstens, wenn man politisch den Überblick hat und politisch etwas will, dann hätte man auf die Art und Weise, oder man hätte auf irgendeine Art und Weise eine Lösung finden können, um den Ängsten und den Sorgen dieser Länder entgegenzukommen, ohne es so platt nach Osten auszudehnen. Und das viel, viel schlagendere Argument für meine Begriffe ist, als dann der Warschauer Pakt sich aufgelöst hat und ja nur noch die NATO bestand, da hat es durchaus von einigen Menschen die Idee gegeben, dass man eine sicherheitspolitische Architektur, eine neue schaffen muss, wo die westeuropäischen Länder drin sind, die USA, aber eben auch Russland. Man muss sich eine neue sicherheitspolitische Architektur einfallen lassen, die für die Herausforderungen der Zukunft besser gewappnet ist. Denn die NATO ist mal gegründet worden als Verteidigungsbündnis. Und die Herausforderungen der Zukunft, das hat man schon 1991 sehr gut gesehen, werden Regionalkonflikte sein. Das haben wir ja dann auch ganz schnell feststellen müssen. Und dafür ist die NATO eben nicht geeignet. Also eine sicherheitspolitische Architektur unter Einbeziehung Russlands hätte vermutlich eine ganze Reihe an Problemen erst gar nicht aufkommen lassen. Denn dieser NATO-Russland-Rat, der dann mal gegründet wurde, um Russland so einen Fuß in die Tür stellen zu lassen, der hat ja im Prinzip nie wirklich funktioniert. Interessen Russlands wurden nie, das lässt sich ja auch nachweisen, Punkt für Punkt, nie irgendwie ernst genommen, sondern es war eher zum Abnicken gedacht. Fragen an die Autorin, Professor Gabriele Krone-Schmalz zu ihrem Buch Russland verstehen, übrigens erschienen bei CH Beck, Preis 14,95. Warum reagieren unsere Politiker nicht? Sehen die das nicht? Oder was ist da los? Dass seit Jahrzehnten der Amerikaner drauf aus ist, zwischen Deutschland und Russland und überhaupt da Keile zu ziehen. Ich denke, wir sind immer noch, werden bevormundet vom Amerikaner. Das ist ganz, ganz schwierig. Ich frage mich manchmal auch, warum bestimmte Entscheidungen fallen, warum bestimmte Äußerungen gemacht werden. Da frage ich mich auch, ist das wirklich in deutschem Interesse? Ist das wirklich in europäischem, westeuropäischem Interesse? Oder wer hat da ernsthaft ein Interesse dran? Was ich mir wünschen würde, dass diejenigen, die politische Entscheidungsträger sind, dass sie sich auch trauen, sich auf ein Terrain zu begeben, was, das sehe ich schon so, was gefährlich ist, was vermint ist, weil sobald der Gegenseite, jetzt egal welche Seite das ist, sobald einer Gegenseite die Argumente ausgehen, kommen so dämliche Begriffe wie Anti-Amerikanismus oder Russland-Versteher oder sowas in der Art, dass man versucht, Gedanken von Menschen von vornherein zu diskreditieren, indem man ihnen ein emotionales Etikett verpasst. Statt Dinge auf den Tisch zu legen, über Interessen zu reden, ich sagte es schon, ich glaube, das ist der Schlüssel für alles, über Interessen zu reden und zu versuchen, auf zivilisierte Art und Weise zu einem Interessenausgleich zu kommen. Und wissen Sie, wenn es so ist, das sind so Dinge, die ich nicht verstehe. Es gibt, es ist eine kleine Anekdote, aber sie sagt, glaube ich, eine Menge. Es gibt ja einen Verein, der heißt Deutsch-Russisches Forum. Und in diesem Deutsch-Russischen Forum, da bin ich seit Anupiefendeckel drin, da können Personen, aber eben auch juristische Personen, Firmen Mitglied sein. Und wenn gerade in den letzten Wochen und Monaten Firmen ihren Austritt erklären aus dem Deutsch-Russischen Forum und man auf Nachfrage dann hört, ja, wir wären ja drin geblieben, aber unsere amerikanischen Geschäftspartner sehen das nicht gerne, dann ist das etwas, was ich finde, dass in unserer Gesellschaft, die so strukturiert ist, wie sie strukturiert ist, nämlich freiheitlich, dass man damit offensiv umgehen muss und sagen muss, so kann es eigentlich nicht laufen. Denn meine große Sorge ist, wenn diese Diskrepanz zwischen dem, was wir sagen und dem, was wir nicht sagen, zwischen öffentlicher und veröffentlichter Meinung, wenn diese Diskrepanz weiter größer wird und Menschen immer skeptischer werden, dann kann auf Dauer unser wunderschönes, theoretisch wunderschönes System Demokratie nicht funktionieren. Und vielleicht noch ein Satz, wenn man, ich sage mal, die richtigen Themen, also Themen, die Menschen beschäftigen, wenn man die richtigen Themen den falschen Leuten überlässt, ja, dann muss man sich nicht wundern. Trotzdem denke ich, man muss das auch ein bisschen psychologisch betrachten, diese ganze Dankbarkeit gegenüber den USA. Das kommt ja noch zum Teil aus der Generation, die erlebt hat, dass wir hier in Deutschland nach dem Krieg von den Amerikanern recht gut behandelt worden sind, es hätte viel schlimmer kommen können. Das sind Leute, die dafür Dankbarkeit empfinden, auch, dass sie uns geholfen haben, von den Sowjets damals frei zu bleiben. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass die höchsten Repräsentanten des deutschen Staates heute aus dem deutschen Osten kommen. Und für die waren die Amerikaner viel stärker als für uns, die wir hier im Westen auch die negativen Seiten erlebt haben. Die waren für die eine positive Utopie. Klar spielt das eine Rolle. Natürlich spielt das eine Rolle. Nur ich habe einen Anspruch als Journalist und ich meine, Politiker müssten auch einen Anspruch als Politiker haben, dass man diese persönlichen Befindlichkeiten so gut kennt, dass sie einen nicht hindern in dem, was man politisch macht. Hören wir noch eine telefonische Frage. Meine Hochachtung zuvor an Frau Krone-Schmalz, die nicht dem Mainstream der vielen Reporter anheimfällt. Wenn in Russland etwas in den Augen des Westens Positives passiert, wird es immer mit einem abwertenden Zusatz, zum Beispiel angeblich oder unter Vorbehalt zitiert. Die meisten Reporter bringen den Mainstream, wie er der antirussischen europäischen Mehrheit allerdings nur scheinbar gefällt. Wenn in Russland die gleichen Zustände wie in Amerika wären, würde man sich viel mehr das Maul zerreißen. Aber wenn es um Amerika geht, hält man sich sehr zurück. Im Westen herrscht meines Erachtens immer noch die Meinung, in Russland herrsche der Geist des Bösen. Ja, es ist schwierig damit umzugehen. Ich versuche, Menschen mit der Nase drauf zu stupsen, was man mit Sprache machen kann. Sie haben vollkommen recht, da gibt es auch, kann man schöne Beispiellisten führen, dass es dann aus Moskau immer heißt angeblich. Angeblich, das kann dann alles gar nicht sein, wenn wir uns das nicht vorstellen können. Also sprachlich schon mal sehr stark darauf zu achten. Was mit Blick auf Russland auch noch wichtig ist, wir haben da keine Demokratie, schon gar keine in unserem Sinne. Wir haben aber auch keine Diktatur, sondern wir haben ein sehr schwer zu definierendes und fassbares System zur Zeit, was aber dennoch für die Menschen dort, wenn ich jetzt sage, eine gewisse Freiheit bedeutet, dass sie sich frei fühlen, dann fassen sich die meisten Leute hier in unserem Land und in Westeuropa an den Kopf und sagen, wie kann man sowas sagen? Es ist aber so, weil andere Kriterien eine Rolle spielen. Das ist komplizierter. Man muss sich auf das Land einlassen, man muss mit ganz normalen Menschen reden, sie nach ihren Befindlichkeiten fragen und nicht sich darauf verlassen, dass wenn man mit der Opposition, wer immer das auch ist, redet, dass man dann einen umfassenden Überblick über die Zustände in der Gesellschaft dort hat. Bitte versuchen, sich vorzustellen, Sie haben in Russland ein Land, das größte Land der Erde, das sich über elf Zeitzonen erstreckt. Das ist unvorstellbar für uns. Wenn Sie von hier aus elf Zeitzonen Richtung Westen denken, dann landen Sie in Hawaii oder auf Hawaii und alles dazwischen ist ein Land. Sie haben so unterschiedliche Bereiche, Metropolen, nicht nur Moskau und St. Petersburg, da gibt es ganz viele andere auch, regionale Bereiche, Regionen, in denen es den Menschen besser geht, als in manchen Städten. Also diese Vielfalt, diese Unterschiedlichkeit, übrigens auch, was unter dem Stichwort Pressefreiheit zu berichten wäre. Sie haben staatsgesteuerte Propaganda, selbstverständlich nicht zu knapp, aber Sie haben eben auch Radioprogramme, in denen fast täglich Live-Talkshows zu hören sind, die in einer Art und Weise mit den eigenen Zuständen kritisch umgehen. dass ich mich manchmal fragen würde, ob das bei uns überhaupt gesendet wurde. Also was ich damit sagen will, dieses Gebilde ist weit vielfältiger, als es bei uns ist.